Am Anfang stand eine Erklärung. Sabine Bergmann-Pohl, die Präsidentin der ersten frei gewählten DDR-Volkskammer, äußerte sich am 12. April 1990 vor dem DDR-Parlament zum neuen Verhältnis der DDR zu Israel, zum Judentum und zu den Juden. Ein zentraler Satz lautete, wir treten dafür ein, verfolgten Juden in der DDR Asyl zu gewähren. Eine Videostation zu Beginn dieser Ausstellung erinnert an diese Rede. Schon ein paar Wochen zuvor waren rund 70 Juden aus der Sowjetunion mit Touristenvisum eingereist und bei den Ostberliner Behörden vorstellig geworden. Ausbrüche von Antisemitismus, Putschgerüchte, schlechte medizinische Versorgung, der strahlende Reaktor in Tschernobyl und Lebensmittelknappheit waren nur einige Gründe, die den Wunsch auszuwandern beflügelten. Jutta Fleckenstein, eine der beiden Kuratorinnen der Ausstellung. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wandern ja sehr viele aus der ehemaligen Sowjetunion aus, Juden wie Nichtjuden. Unter den Juden entscheidet sich ein Großteil für Israel, also mehr als eine Million geht dorthin. Viele entscheiden sich für Amerika und durch die Situation in Deutschland mit der bevorstehenden Wiedervereinigung entsteht plötzlich auch der Blick auf Ostberlin. Also man versucht von dort aus nach Westberlin zu kommen. Und ist damit meist auch erfolgreich. Bis einschließlich 2004 kamen rund 200.000 nach Deutschland. Die meisten wussten nicht, was sie erwartete. Deutschland hatte bei ihnen ein Image, das gleichermaßen mit seiner wirtschaftlichen Kraft wie mit seinen Gräueltaten zur Nazizeit und seinen Schriftstellern verbunden war. Einige dieser Aspekte werden auch durch Ausstellungsexponate repräsentiert. Zum Beispiel Filme oder auch ein Buch, wie Piritta Kleiner, die zweite Kuratorin, erklärt. Ein Objekt in der Ausstellung, das mir besonders gut gefällt, ist Dion Feuchtwanger auf Russisch Erfolg, wo uns die Leihgeberin erzählt hat, sie hatte das Buch bereits in der Sowjetunion und wusste schon, dass sie nach München gehen wird und hat es durchgelesen, um sich ein Bild von München zu machen. Und dann kam sie hierher und ist sozusagen diese Orte abgelaufen, die in dem Buch vorkommen. Etwas mehr als die Hälfte der etwa 200.000 jüdischen Zuwanderer wurden Mitglieder in jüdischen Gemeinden. Jutta Fleckenstein. Viele der Zuwanderer haben in Deutschland das Judentum erst kennengelernt. Sie sind eingereist, vielleicht schon mit einem Gebetbuch in der Tasche, das man vom Großvater geerbt hat oder einem anderen Ritualgegenstand. Aber man hat dann hier sich erst damit auseinandergesetzt. Mehrere Videodokumentationen vermitteln einen Einblick, wie diese ersten Jahre in Deutschland erinnert und erlebt wurden. Es werden Zeitungsartikel ausgestellt, die deutlich machen, dass diese neue Freiheit zunächst auch zu heftigen Konflikten zwischen Alteingesessenen und Neuankömmlingen führte. Doch die Neuen hatten durchaus auch traditionelle Bindungen an ihr Judentum. Auch davon zeugen Erinnerungsstücke. Also zum Beispiel hat eine Zuwandererin eine Teigwalze mitgebracht. Eine ganz kleine Teigwalze, mit der man, wenn man ungesäuertes Brot, also Mazot zu Pesach backen möchte, vorher den Teig auswalzen kann. Und sie hat sie von ihrem Vater geschnitzt bekommen, weil man in der Region, wo sie ihre Kindheit verbracht hat, eben keine Mazot aus Israel oder woher auch immer bekommen konnte. Und die selbst backen musste, wenn man Pesach feiern wollte. Zu sehen ist auch eine alte dreiteilige Querflöte. Juri Finkelberg hat sie aus der Ukraine nach München mitgebracht. Sein Großvater hat darauf als Klesmermusiker ostjüdische Volksmusik gespielt. Schließlich hat der Enkel auch gelernt, dieses Instrument zu spielen. Noch einmal Jutta Fleckenstein. Die Leute hat es schon noch überzeugt, dass ihre Lebensgeschichten, die in irgendeiner Stadt in der ehemaligen Sowjetunion begonnen haben und jetzt mit München verknüpft sind, hier für die Stadtgesellschaft interessant sein könnten. Und dass sie auch einen Platz in einem Erinnerungsort wie dem Jüdischen Museum brauchen.